So jetzt habe ich einfach mal das ganz normale Dexturenpack reingehauen. Ich habe zwar jetzt eins gefunden aber irgendwie ich weiß nicht. Das sieht manches so aus wie von dem vorhergehenden. Ob das normal ist. Ich weiß nicht. Ich kann es euch gar nicht mal zeigen. Das heißt Trager und Dens. Ja mal gucken mal. Und jetzt passt glaube ich. Ach ne jetzt passt. Vorne hat es gehangen. Ne jetzt passt Leute. Dann lassen wir das jetzt drin. Okay das passt. Weil vorhin hat es nämlich irgendwie die Fackeln. Die sahen noch ganz anders aus. Da haben wir jetzt natürlich hier anderes Glas. Aber ich finde es ist auch nicht schlecht. Guck da mal. Aua. Ist immer was anders. Können wir das jetzt lassen. Genau. Jetzt passt es wenigstens mit den Fackeln hier. Also das hat vorne irgendwie ein bisschen radiert. Bestimmt ein bisschen gebackt wieder. Ähm. Und da können wir gleich mal noch eine Runde pennen gehen. Ähm. Und jetzt stockt es natürlich wieder hier. Warum auch immer. Dass es immer so ist. Raft eigentlich hier nicht. Also ich weiß ja nicht warum es immer nicht rafft hier meine Platte. Eigentlich passt da genug drauf. Ähm. Vorhin hatte ich hier noch so zum Test mein so ein Enderman-Platt gemacht. Aber. Naja. Ist er weg der andere. Ist er weg. Ja. Wir wollten eigentlich eine Runde pennen gehen. Machen wir das mal schnell. Bevor der Creeper da hinten kommt. Da hinten ist auch noch einer. Ja. Lassen wir uns das jetzt einfach mal das tragen. Denn es decken so und backen. Ich finde es auch mal nicht schlecht. Ist immer wieder was anderes. Und ähm. Da müssen wir wahrscheinlich öfter mal hin und her gucken. Dass das ähm. Dann endlich mal passt hier. Ja. So. Perfekt. Hä hä hä. Sind wir mal jetzt anders angekommen. Ich guck mal ob die Kartoffeln schon irgendwie gewachsen sind. Das wird mich ja echt interessieren. Ob dies mal ein bisschen mehr geworden sind. Und die Mürlis vor allen Dingen. Ja. Und dann äh. Wollen wir mal gucken. Was wir hier noch machen. Weil ich hab einfach mal so gedacht. Machen wir noch so eine Testvolke. Warum nicht ne. Warum nicht. Und. Ähm. Ne. Mürlis. Nicht viel. Zwei Stück bloß. Na gut. Immerhin. Ähm. Was machen wir jetzt vor Schreck. Was machen wir jetzt vor Schreck. Wir können ja mal. Wir können ja mal. Ja. Wir können ja mal. Was können wir denn mal. Ähm. Na guck mal. Die Fenster sind auch ganz schnuckig irgendwie. Oder? Das sieht auch ganz cool. Wenn du jetzt eine Kirsche bauen würdest. Kartitrale oder sowas. Da sind die Fenster voll geil. Ne. Wir können mal die Spinne killen hier. So. Ähm. Wir können gerne nochmal in die Höhle gehen. Äh. In die Hölle. Aber. Irgendwie. Ich verstehe nicht warum da so viele. Warum die so viele immer kommen. Auf jeden Haufen da. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht so ganz. Goldschwert. Kann man ja mal irgendwie so wie ne Base bauen. Aber mh. Das ist blöd mit diesem Tor. Das Tor ist halt Mist. Das hätte ich jetzt gern woanders hin gehabt. Eigentlich. Hätte ich so anders hin gehabt. Gut. Wir bauen hier oben mal weiter. Können wir auch machen. Können wir auch mal. Oh guck mal ne Karre. Ähä. Ähm. Was machen wir jetzt vor Schreck. Mensch. Eieieiei. Ne. Ich will nochmal in die Höhle gehen. Wir gucken nochmal ob da jetzt diese Zombies. Ob die jetzt auch so viel sind. Aber ich denke mal. Das hat nichts mit dem Textondock zu tun. Ich denke mal. Die sind halt so viele gewesen. Ich guck da einfach nochmal rein jetzt hier. Lass mich da nicht unterkriegen. Sag ich mal so. Wenn ich ne Base bauen muss ich eh. Ähm. Dann. Mal direkt schalten die Zombies. So. Weil sonst sind es echt immer ein bisschen. Viele. Vielleicht ist es auch so. Du killst ein und es kommen zwei oder so. Ne. Das kann eigentlich. Auch sein. Das ist das Wort glaube ich mal. Ne. Dass wenn du einen killst. Das dann. Da noch einer kommt. Oder so. Ich glaube da war mal was. Gewiesen. Ne. So. Okay. Dann wollen wir mal gucken hier. Okay. Kann man ruhig mal ein bisschen erkunden. Ne. Ich mein. Aber finde ich eh nie wieder hin. Mit dem ich hier das Video nochmal finde. Aha. Witzig. Ne. Dann ist es ja auch schon ein bisschen blöd. So. Dalle. Kloster. Können wir noch ein bisschen mitnehmen. Dann. Muss ich auch so ein paar Zombies kriegen. Oh. Oh. Da kommen sie mal alle zu mir Mann. Oh. Oh. Du. 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 Njudemos hier. Weg hier. Oah. Scheiße. Das gibt es doch nicht. Das ist doch halt fezormale. Oder? Das ist ja böse. Ich muss mich doch mal eine Rüstung bauern. Ich muss mittlerweile doch eine Rüstung bauen. So geht es nicht. Ja, jetzt ist es dann doch mal, denke ich, Zeit, sich eine Rüstung zu bauen. Ich mache das mal eben auch friedlich. Und dann filmen wir schnell unser Zeug wieder. Dann müssen wir halt doch mal eine Rüstung bauen. Jetzt haben wir ja doch genug Eisen gesammelt. Ich denke, es ist jetzt mal Zeit. Und vor allen Dingen mal ein bisschen Pfeile oder sowas. Da hätten wir die nämlich auch ein bisschen killen, ne, die Fräger. So, dann hol ich mal mein Zeug schnell zurück hier. Schnell, zurückholen, schnell. Das war, wenn du einmal hier ein paar Kills, dann kommen sie alle auf dich zugestürmt, ey. Hammer, ey, echt. Bup. Gibt es gar nicht. Bisschen runter, doch fluttert, ey. Ach ja, ist das jetzt so. Moment, ich muss mal wieder ein bisschen sortieren hier. Goldschwader, da ist ein Stück in der Tasche, ey. Ei, ei, ei. Naja, besser als wenn man keins dabei hat, ne. Sag ich mal so. Bogen hab ich aber kein Pfeil. Prima, Leute, prima. Gibt mir ja gar nichts. Also ich muss echt nur mal eine Mist umbauen. So hat es keinen Wert, ne. Hat keinen Wert. Oh, bin ich jetzt hier? Orientierung. Die Orientierung verloren. Hüte. Ah, hier. So. Fackeln waren das gerade, gell? Genau. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Das ist ja echt so. Äh. Wo ist er denn? Also das ist ja echt ein Witz. Das ist ja hier mal zu. Das ist ja echt ein Witz. Witz zum Bauen, ey. Oh, Scheiß. Ob ich jetzt alles mitgenommen habe? Ich denke mal, ne. Gut, dann gehen wir halt wieder durch hier. Durchs Gewimmel. Ich denke mal, das war jetzt hier oben gewesen, oder? Ah, so. Genau, hier oben war das. Hm. Ich will doch mal was zum Bauen. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Aber wenn wir jetzt die Zombies aushaben, können wir auch immer noch schnell ein paar Steine hier. Die sind nämlich schick. Können wir mich ein bisschen zu bauen auch verwenden, ne? So. Perfekt. Was war denn eigentlich unser anderes Tor gewesen, ey? Das würde mich echt immer interessieren, weil... ...und das abgeblieben ist. Kloster, naja, gut. Lassen wir jetzt erst mal... Oh, das ist jetzt hier unten irgendwo. Jetzt gucke ich mal ganz spontan da runter. Da ist das da oben. Hier unten irgendwo. Ach, da unten ist es hier. Ja, da unten ist es da. Guck mal, das ist doch viel schöner hier unten, das Tor. Ja, was heißt schöner, aber... Das ist halt, äh... Ich weiß nicht. Ist halt da, ne? Nochmal so ein paar Dinger mit hier. Einmal da sind. Wenn ich das oben ausschalte, müsste ja dann unten das funktionieren, ne? Oder wie ist das jetzt? Hm. Weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht. Ah, weiß nicht, weiß nicht. Weiß es nicht, ne? Weiß es halt wieder nicht. Was ist denn dümmsten Nacht hier? Ah, da ist ja viel Lava, ey. Wenn ich jetzt hier reinfalle, dann hab ich mir doch den Arsch geknippen, ey. Ich hab mir doch richtig den Arsch geknippen. Weiß denn, was kein Zombie, dann war es die Lava. Okay. Ich hab mal so ein paar Niederdinger mitgenommen. Ja, der Quarz, genau. So, hier müssen wir echt ja mal langsam, ähm... Nochmal Bücher bauen und so. Und oah, und Ambuss und irgendwie sowas. Ist irgendwie komisch, aber bei der PC-Version sogar nichts, Leute. Ich will raus und ich wieder rein. Danke. So, dann wollte ich sagen, wir bauen jetzt einfach mal... Seelen-Sand, der will Eisen. Die wollten ja mal unsere reine Eisen-Wüstung bauen, der will grip. Aber einfach mal ein bisschen Kohle hier unten reinklatschen. Warum uns mal eine Eisen-Wüstung... Ja, ihr Leute, das muss mal sein. Weil sonst ist ja echt ein bisschen Olver hier. Mit meinen... Die lieben hier. Eisen-Helds. Beard-Helds. Äh... Ja, ja. Ach, das ist die Gienerei hier auch immer. Ey, das geht mal auf den Senkeln, sag ich mal so. Auf den Senkeln. So, dann müssen wir mal gucken. Also, dass wir hier oben... Vielleicht dann im Oberschuss... Wo ist die Tür hier auf? Ähm, noch... Wie so ein kleines Lager noch einrichten. Und vielleicht noch wie so eine kleine... Ja, Sitzwohleck oder irgend sowas. Gucken. Der Dschungel wäre auch nicht schlecht gewesen. Weil da hätten wir vielleicht ein bisschen so Melone gehabt. Ach, nee, nicht Melone. Doch, Melone kann da wachsen. Kakao-Bäumchen. Ich glaube, wir haben auch keinen Dschungel. Oder ist das da hinten einer? Ey, komm, da gucken wir mal schnell hin. Komm, was haben wir ja dabei? Haben wir funktioniert oder auch? Ach, nee, es wird so dunkel oder was, Leute? Ich will jetzt mal schnell nach hinten klatzen. Mal schnell nach hinten gucken. Ob das Dschungel ist oder nicht? Ach, Gaul! Nee, es geht schon mal. Das ist, äh... Schwarze Bäume halt. Oh, hier ist ein Kuh. Kuh hier. Ich habe auch noch kein Schaf hier irgendwo gesehen, ne? Wenn ich jetzt hier die Tiere mal züchten will, ne? Hm, da habe ich ja wieder, ähm... Mein Kompass ist aber abfall. Ich guck da mal hin. Vielleicht ist es ja, äh... Vielleicht war es ja auch. Ich weiß es noch mal. Ich muss ja auch mal anfangen. Ich muss ja auch anfangen. Ob ich da war, äh, wo ich, äh, jetzt bin. Ich habe echt keinen Plan, Leute. Oder ist es vielleicht... Deswegen habe ich vielleicht die Kackhaufen da hingebaut, oder? Mit diesem Kompass. Müsste ich echt mal gucken, ey. Naja, komm, das passt hier überhaupt nicht hier. Passt überhaupt nicht. Hinten und vorn nicht, Leute. Hinten und vorn nicht. Weder hinten nach vorn. So. Gebratenes Schweinefleisch und an Steg. Jawohl. Tausendel... Goldschwerter. Da kann man ja auch schon mal... ...was raus tun hier. So. Gucken wir mal nach Beizen. Äh, nach Eisen, meine ich. Aua. 18 Mal. Da kann man ja schon mal ein bisschen was kroffen hier. Warte mal, das war dann so. Kessel, nee. Kessel will ich gerade haben. Äh, liebe Laura will ich auch nicht haben. Moment, ich will jetzt, äh... Ich will mal bei Hosen haben. Zum Beispiel bei Hosen. Ähm. Ach, genau. So, einmal. Gut, ist dann so, oder? Ja. Ein Eisenhelm. So, mal wieder muss man auch ein bisschen schmelzen. Schmelz, die schöne Schmelzen, die Schmelzen. Ich gucke da weiter mal, wie die dann das anträgtigen. Ach ja, ist das witzig. Okay. Also. Ja, okay, mit diesem blöden Kompass. Ich muss, muss ich mal anfangs Video klotzen, wo ich da, ähm... Wo ich da vielleicht war. Dann ist es keinem Kompass, nicht was, ne? Sag ich mal so. So, wir brauchen noch ein Oberteil. Zack. Zack. Und dann brauchen wir noch... Ähm... Blub-blub-blub-blub-blub-blub-blub-blah... Brauchen wir mal noch was... Blub-blub-blub. Schuhe brauchen wir noch. Vier Stück, genau. Da haben wir ja noch vier Stück. Ja, perfekt. Perfektikus. Superlatschen noch. Eimann frei haben wir alles. Klasse. Da haben wir doch alles. Perfekt. Haben wir Eisen doch gelangt. Aber da können wir ruhig weiter schmelzen. Das ist wurscht. So, perfekt. Da haben wir jetzt endlich mal was angezogen. Ne, dann sagt er echt noch die hier. Die zieht immer nix an. Das ist nix, ähm, na. So, was wollte ich jetzt noch machen? Das habe ich vergessen. Oh, ich weiß es nicht. Egal. So. Ist es dunkel oder was ist draußen? Man sieht ja gar nicht durch die blauen Scheiben da hier. Ach ja, ist dunkel. Warum immer diese? Achso, irgendwie kommt was. Will ich mal klotzen. Genau. Wo der mich hinführt. Mit der mich hinführt. Das wird mich echt immer interessieren. Ohne Scheiß. Passt doch gar nicht hier. Bis wenn ich da jetzt hingehe, dann finde ich nie wieder hemmen. Ich habe das im, ja, Gefühl halt, ne, sag ich mal. Ich muss echt mal die anfangsvolle klotzen, ob ich hier weitergegangen bin oder nicht. Kann schon sein, ne. Kann schon sein, ne. Alles möglich. Wir gehen einfach mal dahin, wo der kommt, was mich hier hinführt. Jetzt bin ich ja da. Also jetzt habe ich ja, äh, Rüstung und so. Passt ja alles hier gar nicht, Mensch. Bin ich nie wieder hemmen, wa? Hm. Hm. Pff. So blöd. Ach. Wie war das da hinten? Ich weiß es nicht. Na ja, gut, egal. Wie war das da hinten? Jo, dann würde ich sagen, dass wir uns erst mal verabschieden und ja, ich hoffe euch haben die Folgen gefallen, trotzdem vielen Pannen mit diesem Texturen-Back und hast ja nicht gesehen und vielen Toden und so, ja, und ihr könnt mir ja mal ein gutes Texturen-Back vorschlagen, aber ich will diesen komischen BC oder wie immer das Batchel-Dingsbums-Hest nicht runterladen, ne, also das muss ja unbedingt heute. Ne, seien jetzt oder Bäume wackeln oder so ein Kies, ach nicht, alles so einfach, als ohne dass irgendwas runterladen muss, extra nur das Texturen-Back halt, mehr will ich gar nicht, gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich erst mal, bis zum nächsten Mal und ich muss echt mal gucken hier, wo ich denn war bei der ersten Folge, gut, also, ciao.